SWISS TXT AG – UNTERTITELUNG Speziell ist, dass es von diesem System die erste Bahn ist in der Schweiz. Dass wir so noch nie montiert haben. Dass es für uns neu ist. Für die erwähnten Monteure selbst. Das FUNIFOR hat den grossen Vorteil, dass es extrem windstabil ist. Es ist das windstabilste Pendelbahn-System auf der Welt. Und die beiden Anlagen können unabhängig voneinander fahren. Es kann auch eine revidiert werden und die andere währenddessen fahren. Das gibt dem Kunden den Vorteil, dass er 365 Tage im Jahr mit diesem System fahren kann. Das Projekt hat eine grosse Herausforderung in der Planung. Mit dem laufenden Betrieb, mit der Logistik, mit dem Bau in den Bergen. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Die Termine, den Kostendruck und eine gute Qualität abzugeben, die man im Wettbewerb zugesichert hatte. Die ganzen Bauteile hier sind eigentlich alle in einer gewissen Neigung drin. Was es natürlich nicht einfacher macht als gerade Bauteile. Und auch konisch. Es tut alles auf. Es ist alles schwierig. Das hat auch die Herausforderung, weil Einlageteile von Caraventa drin sind. Die eigentlich ziemlich genau vom Geometer eingemessen werden müssen. Und die Genauigkeit ist einfach ein sehr wichtiger Punkt in diesem Teil. Der längste Abschnitt kommt hier an. Von der Stütze Nummer 3, die hier Kilometer 2 weiter unten ist. Von der Möhre bis hierher ist es eine lange Strecke. Und demzufolge kommen hier auch die grössten Kräfte an. Auf den Wänden, die ich jetzt heute bei hochkomme, um die Armierung genau anzuschauen. Ich glaube, ich habe jetzt seit 40 Jahren noch nie so einen anspruchsvollen Bauteil gehabt wie die Wand. Da reden wir nicht von 100 Tonnen oder so. Sondern es sind nur als grösse eine ordentlich 1'000 Tonnen Kraft, die hier ankommen. Aus dem Seilzug, aus dem Tragseil, aus dem Zugseil. Es sind enorme Kräfte, die auf die Bauteile wirken. Das Gebäude ist auch immer ein Fremdkörper in Natur aussen. Und darum haben wir es losgelöst. Es war auch das Thema, die Technik im Gimelwald sichtbar ist. Dass man das hier auch macht und die Bahntechnik zeigt. Das Wetter macht mit mir eigentlich nicht viel. Es ist so, wie es ist. Da kann man nichts ändern. Ja, man erneutzt auch nicht. Einfach so gut, wie es geht, ignorieren und weitermachen. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann legen wir halt eine Pause ein. Und ein Café nicht. Das ist wie das. Das ist die Stabilisierung. Aber das ist ja auch so. Und die Komponenten, die wir hier hinter mir sehen sehen, sind vorgängig in Goldau alle Rinnen, Montage vormontiert worden, auseinandergenommen, auf Möhren transportiert und wir haben, so wie man es hier sieht, am definitiven Ort zusammengesetzt. Für diese Dinge zusammenzusetzen, nehmen wir uns die Eigenschaft von Metall zur Hilfe, indem wir die Welle hierher kühlen und das wird sie ein paar Zentimeter dünner das Lager im Gegensatz erwärmen und das wird grösser. Und das gibt uns ein Spiel von auch wieder ein paar Zentimeter, die Sachen zusammenzutun. Wenn man das Gold in der Montage sieht, was es schlussendlich gibt, kann ich schon ein paar Mal den Kopf kratzen und das ganze Zeug auf Möhren hier wieder hinein, hier wieder zusammenzutun und am liebsten noch nichts kaputtmachen dran. Wie gesagt, bei Fromi hat man jedes Gramm Eisen, das man gut und sicher montiert hat, dann kann ich es vergessen. Wenn ich eine ganz spezifische Herausforderung an diesem Projekt auf der technischen Seite erwähne, dann komme ich mit dem Beispiel Stützen 3 mit dem Verschiebenchassis. Wir haben dort das Konzept von einem Dreubein. Wir stehen in diesem Loch, weil wir Stützen fundieren müssen vor neuen Seilbahnen, vom Abschnitt Möhrenbirg. Das ist die einzige Stütze in diesem Abschnitt Möhrenbirg. Das bringt recht in Lasten und das mussten wir hier mit der Tiefe-Fundation auf den Fels bringen und darum stehen wir in diesem Schacht genau. Für die Stützen 3 zu montieren, haben wir einen Oberdreierkran gestellt mit Helikoptermontage, die eine Gesamtheue von 60 Metern hat, damit wir diese Stützen effizient und sicher montieren können. Im konkreten Fall hier am Schildhorn haben wir sicher extrem schwere Stützen, weil man einerseits auf der ersten und auf der zweiten Sektion je Stützen gespart hat. Das bedeutet, wir müssen höher bauen und haben mehr Ablenkung auf den Stützen. Je mehr Ablenkung auf einer Stütze, also Seilablenkung, desto grösser werden die Seilschuhe. Entsprechend haben wir hier eine relativ grosse Dimension. Also wir reden hier von Seilschuhe, die um die 25 Meter lang sind. Ich glaube, die Stütze hier sind wie das Novum auf der Garaventa. Das ist eine Dreubeinstütze. Das heisst, die ist nur auf dreien Punkten fundiert. Die kann man jederzeit schüstieren. Das heisst, dass sich der Hang unter der Stütze unter der Fahrbahnachse fortbewegt. Dann stellen wir den Mast zurück. Jetzt sind die Zettel hier. Jetzt ist es bei den Schultern schon ein relativ grosser Stein weg. Wir haben jetzt die Stütze zu 99% montiert. Die schweren Zettel sind hier. Wir sind auf Kurs, ja. Wir sind auf Kurs. Jetzt sind das hier. Dann können wir die Bergzeitkofalte lösen. mit dem Lüten. Wir haben immer noch ein Seil, auch wenn es noch ein Klumpfen Stahl ist. Aber Emotionen sind meistens schon dabei. Die schwersten Seile der zweiten Sektion sind die Tragseile. Ein Seil der zweiten Sektion hat ca. 70 Tonnen, die am Stuck geliefert werden. Heute sind wir gerade an der Anlieferung des ersten Tragseils Möhrenbirg mit der Firma Wipfli, die gestern auf Romanshorn die Seile laden ging und sie heute bis auf Möhren transportiert. Das ist sicher das Highlight des ganzen Projekts, der Transport für mich persönlich. Es hat alles dabei. Es hat eine steile Strasse, es hat enge Kurven dabei, ein Bergdorf, das autofrei ist mit viel Leid. Das sind alle Herausforderungen da, wo es eigentlich schwer gibt. Ja, genau. Es hat einen Bergdorf. Zwei Meter, wirklich nicht ganz anders einschlagen. Hallo. So. Also heute sind wir ja das Tragseil von Möhren auf den Berg ziehen. Und in diesem Fall braucht es ungefähr neun Personen. Es ist sicher jede Maschine besetzt. Jemand, der weisen will. Und jemand, der den Seilzug überwaffe. Auch der Vorteil dieser Dinarseilzugmaschine ist, dass wir die Seile bremsen können. Dass während dem Seilzug die Seilhöhe in der Luft ist. Dass wir weniger provisorische Bauten machen müssen, für alle Hindernisse auf der Strecke zu umschiffen oder zu überbrücken. Das ist sicher auch ein gewisser Aufwand. Aber wenn es läuft, käme das Gutes an. Im Moment ziehen wir ungefähr 5 cm pro Sekunde. Also sind wir nicht super schnell unterwegs. Aber es ist dazu zu sagen, wenn die Tonnage hier oben steigen, geht die grosse Wind auch nicht mehr viel schneller. Von Möhren-Pier habe ich in den letzten zwei Wochen das Rogsheil gezogen. Jetzt steht am Programm das Rogsheil und den Sottel einlopfen auf den Stützen oben. Dass man es so am Berg oben fertig spannen kann. Ich bin froh, wenn es drin ist. Es ist relativ am Murgsten, das hier zu verbringen. Jetzt haben wir zuerst das Laufwerk von der Funifor aufgesetzt aufs Seil. Das ist eigentlich ein Einzelteil gekommen. Zuerst den Boden zusammengesetzt und dann mit dem Kran aufs Seil aufs Seil aufs Seil aufs Seil gesetzt. Ssseil aufs Seil. Nöiner Ssseil aufs Seil Sseil aufs Seil Sseil Sseil aufs Seil Tönt. Die Kabinen, die hier am Schildhorn eingesetzt werden, also alle sechs Kabinen, die den Berg erschliessend sind, sind bei den Carvatech in Salzburg erstellt worden. Das spezielle Design wurde extra für dieses Projekt entwickelt und es gibt auch dieses Design nur einmal auf der Welt, und zwar am Schildhorn, ist für uns eine Riesenfreude. Die Kabinen haben wir in Oberweiss bei der Firma Carvatech abgeholt, die beiden Stücke. Wir fahren jetzt im Konvoi miteinander auf Lautenbrunnen, das ist der Depotplatz, wo sie abgeladen werden und in einer späteren Phase werden sie von Lautenbrunnen nach Stachelberg geführt. Jetzt seit dem Morgen sind wir mit dem Laufwerk auf den Rad hochgefahren, mit dem Gehänge dazu. Alles eingerichtet, um die Kabinen aufzuziehen. Die Herausforderung ist ein wenig die Höhe, damit wir nicht vor der Station sind. Und zweitens natürlich das Gewicht von über sechs Tonnen ist die Kabine. Liebe zwei Tonnen. Eindik chor. Die cloak, Brenna. Untertitelung des ZDF, 2020 Was es ausmacht, dass wir das können, ist unsere Erfahrung. Wir durften schon ein komplexes Projekt abwickeln, aber es ist und bleibt der Challenge.